Ich kann solche Bilder nicht mehr sehen. Leute, es ist total billig, sich auf diesem Niveau über jemanden lustig zu machen. Echt? Die Frage ist nämlich, was bringt uns das, außer dass wir uns auf Thams Wahlkampfniveau herablassen? Und gefährlich wird es dann, wenn wir uns mehr über die Kalkaturen unterhalten, anstatt über die konkreten Inhalte zu sprechen. Dann lenkt es euch nämlich ab. Dabei fängt der Mann jetzt richtig an, Politik zu machen. Bleibt bitte bei mir, Leute. Er legt sich jetzt mit China an. Er will aus der Klimaschutzpolitik aussteigen. Darüber müssen wir jetzt reden. Über Äußerlichkeiten zu lachen, bringt es doch nie. Auch über ihre Haare hat man sich jahrelang lustig gemacht. Und sie regiert seit elf Jahren in Deutschland. Oder Helmut Kohl. Man hat ihn damals die Birne genannt. Und er wurde der Kanzler der Deutschen Einheit. Ich weiß, Trumps baldige Präsidentschaft ist wie sein Haar. Es ist echt, aber wir können es irgendwie nicht glauben. Aber trotzdem, hört auf mit den Beleidigungen. Oder bin ich da eine Spaßbremse? Weiß ich nicht. Bin ich das? Schreibt es in die Kommentare. Und auch eure Meinung, ob man sich so niveaulos über Leute lustig machen soll oder nicht. Hier unten. Bye. Bis zum nächsten Mal.